Achtung, bitte! Begeben Sie sich direkt über den Hof zum Hauptgebäude. Lassen Sie Ihre Handys und Kameras hier. Helen, ich denke, es ist wichtig, dass Sie in diesem Team sind. Haben Sie keine Angst. Angst wovor? Ich werde Ihnen jetzt einige Kontrollfragen stellen. Befinden Sie sich im Augenblick in sitzender Position? Ja. Fühlen Sie Schmerzen? Mein Körper fühlt welche. Sind Sie menschlich? Mein Körper ist es. General Quinn will Sie im Krisenzentrum sprechen. Er sagt, es sei dringend. Haben Sie Kenntnis von einem bevorstehenden Angriff auf den Planeten Erde? Ich wiederhole die Frage. Haben Sie das gespürt? Was gespürt? Sie sollten mich gehen lassen. Wenn die Erde stirbt, sterben Sie. Wenn Sie sterben, wird die Erde überleben. Wenn Sie sterben, wird die Erde sein. Ich habe eine Mission.